und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wir spielen resident evil 2 ja wir haben uns in der letzten folge durch die ostseite des polizeigebäudes geprügelt wollten dabei ein polizisten retten elliot dies ist uns nicht gelungen haben aber da dafür ein buch bekommen von ihm was uns weiterhilft hoffe ich wurden von marvin lieutenant marvin brenner heißt er glaube ich gerettet von dem bekamen wir ein messer und haben uns dann durch die westseite gekämpft was heißt gekämpft wir waren nicht viel los wir haben zwar nach kacke gestunken weil wir die ganze zeit gedacht haben hier kommt jederzeit ein liquor zumindest ich dachte dass dem war nicht so durch ein fenster sind wir in einem flur gelandet und anschließend in der dunkelkammer in der wir uns nach wie vor aufhalten ja und von hier aus wollen wir jetzt weitergehen gut gehen wir zurück ja unser kollege hier am fenster nagelt immer noch den haben wir ausgesperrt ich hoffe dass die bretter halten eigentlich haben wir hier auf dem weg alles getötet ja da liegt noch der kollege da hinten der das ist der mit der bremsspöner hose hat uns nur munition gegeben und hier ist wieder unser unser herrliches exemplar von zombie ich weiß nicht ob das ein fehler ist vom spiel oder auf jeden fall ist es witzig gut und dann haben wir die wahl schließfächer schließfächer raum hier steht gar nichts oder büro westseite ich möchte erstmal dahin wo nichts steht hier die ist verschlossen das dachte ich mir dann haben wir jetzt noch die wahl zwischen schließfächer raum und büro westseite ich glaube ich möchte schließfächer raum nehmen einfach weil ich glaube dass in einem schließfächer raum sich nicht so viele menschen aufhalten wie in einem büro wobei im büro halten sich auch nicht so viele auf zumindest hat man immer das gefühl weil man bei den behörden immer so spät rankommt mal gucken was uns hier erwartet jetzt sitzt hier irgendwo einer verbank scheint nichts zu sein ich kann hier war einiges anklicken hier hängt eine dicke rum hier hängt eine dicke rum das ist hier jackpot wir brauchen eine waffenkarte haben wir nichts für also die habe ich nicht hier ist munition können wir das aufmachen können wir nur rein gucken da ist weiß ich nicht was das ist was ist das schießpulver oder ein film oder so ich weiß es nicht messer ach das ist schießpulver okay dann war das andere wohl ein film hier ist bestimmt das feld wo wir das aufmachen ist das tasche schrotflinten munition ja versuchen wir mal unser glück hier ist auch was schließfach terminal notiz auf der tastatur des schließfach terminus fehlen einige tasten der verantwortliche soll ersatz tasten besorgen und das umgehend reparieren du weißt dass du gemeint bist du drecksherr wer sonst würde solch einen mist bauen das war wahrscheinlich der azubi guck mal können wir trotzdem etwas machen ach die zwei und die drei fehlt okay geht nicht die geht auch nicht die geht 106 109 geht auch das ist ein bisschen schnell für mich bin noch nicht so viel schnell gelaufen in dem spiel 106 ja 109 machen wir erstmal die rechte seite dann gucken wir mal was links ist ja das laufen fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer film ein nicht entwickelter film und munition sieht doch ganz ordentlich aus mit gesamt 52 schuss glaube ich ja 208 kriegen wir nicht auf 203 ist recht nicht ja dann für den großen da hinten haben haben wir auch keine kombination der braucht wahrscheinlich keine da braucht nur eine karte bestimmt und dann haben wir hier wohl soweit alles erledigt jeweils mal den film entwickeln würde ich sagen bevor wir dann zur westseite gehen ins büro das wird immer besser mit dem laufen für mich film benutzen erinnerungs foto ein erinnerungs foto was sehen wir dort eine statue ein buch und einem zepter dem dicken roten stein sonst irgendwas auffälliges ich weiß ich weiß nicht das buch und der zepter stechen jetzt ein bisschen raus weil alles weiß ist und die beiden dinge sind halt farbig sind city effekt oder sowas gut wir gehen zurück immer wieder du bleibst da schön hinter deine fenster mein freund oh jetzt rastet er richtig aus er hat richtig hunger gut dann gehen wir jetzt ins west office büro westseite ja da liegt schon einer das dachte ich mir dass hier mehr ist als bei den schließfächern vielleicht können wir den messern wo denkst du denkst du denkst haben wir geschafft und ja tschuldigung ich bin nach wie vor ein bisschen erkältet ja der kann sich jetzt selbst die fußnägel abknabbern herrlich wird auf jeden Fall sehr gut oh da liegt schon der nächste aber hier liegt auch noch pulver ich glaube ich möchte schießen ich schieße dann einfach meinen kopf okay bleib liegen lohnt sich nicht aufzustehen mister ist das ein spezieller der ist so wofür kriecht nicht noch einer rum oder oh oh das ist ein das geräusch ist sehr als wenn das hier schön bei mir im zimmer passiert ist schön auf meinem bett das sind wir hier schießpulvernutzung pistol munition zweimal schießpulver flinten munition schießpulver plus hochwertiges schießpulver gelb mag mag nun munition zweimal hochwertiges schießpulver gelb es gibt verschiedenes okay auf der polizeistation wird langsam die munition knapp setzen sie jedes bisschen schießpulver klug ein dass sie auftreiben können verschiedene waffen benötigen verschiedene benötigen verschiedene munition passen sie also beim kombinieren auf dass sie auch die benötigte munition erhalten okay also müssen wir jetzt wahrscheinlich bevor wir mixen immer erstmal gucken ja sieht jetzt aus wie ne ja vom hässlichen zombie ist er jetzt zur schönen rose geworden fast hier haben wir wieder ein tresor wir haben nicht mal was über den alten jetzt haben wir hier telefon bücher stift the daily raccoon weiterhin was sind wir da body pound body pound in woods body pound immer wieder schränke man weiß noch nie was in diesen dingern drin ist deshalb ich bin ich traue hier niemanden ich spreche hier auch am liebsten immer alles an was schon immer so schon damals als ich es gespielt habe also nicht diesen teil sondern den anderen elliot edward das war wahrscheinlich der den wir nicht retten konnten was ist das neil carlson wir sagen was ja hier wasser oder so oder vögel ne vögel glaube ich irgendwas ist hier auf jeden fall erster einsatz des anfängers leon s kennedy sie bekommen als ersten fall etwas besonderes ihr auftrag öffnen sie ihren schreibtisch der schlüssel zum erfolg versteckt sich in den initialien unserer vornamen geben sie die buchstaben in der reihenfolge unserer unserer schreibtische ein es gibt zwei schlösser einen pro schreibtischseite öffnen sie beide ihre erste aufgabe besteht im grunde darin sich die namen ihrer kollegen einzuprägen aber das haben sie ja schon selbst gemerkt oder viel erfolg leon leon es kann übrigens etwas arbeit erfordern aus gott eine direkte antwort herauszuholen lieutenant bremmer achso das sollte mein schreibtisch werden einen stuhl habe ich nicht bekommen hat das geld nicht mehr gereicht ah ne liegt da in der ecke okay ach da welcome leon ja sehr nette kollegen und ich durfte bis jetzt nur marvin kennen denn elliot haben wir ja nicht gerettet und okay dann haben wir hier okay und hier auch okay wir sollen das aus dem vornamen machen dann haben wir hier marvin also m r r rita rita phillips oder das ja r und ach scheiße vielleicht hat man ihn fragen sollen bevor wir ihn umgebracht haben wie er heißt steht das auf seiner steht das da auf seiner brust das kann ich aber nicht lesen ich finde sein nein wo ist sein schild also m r ach man wir hätten ihn wirklich fragen sollen und nicht einfach umbringen sollen liegt hier irgendwas auf dem boden vielleicht ach hier hier liegt es wie heißt der george scott also mrg oder was versuchen wir mal m r g aha hammer sehr gut david ford von dem haben wir den bericht vorhin gelesen hier haben wir ja elliot das ist hier hier ist noch ein l ach das fehlt dort äh aber welcome wird doch wird welcome nicht nur mit einem mit einem l geschrieben ich meine ich bin jetzt so im englischen nicht der stärkste aber welcome hört das ich nur mit hm ich weiß es nicht elliot und neil carlson dann haben wir d e und n d e und n oder andersrum geht nur andersrum in der ersten spalte ist nämlich kein ähm kein d okay erweitertes magazin matilda sehr cool jetzt können wir das untersuchen wir mal spezialzubehör für die matilda dass die magazinkapazität auf 24 patronen erhöht und die nachlade dauer verkürzt sehr gut hoch matilda ja jetzt haben wir mehr schuss aber vom design finde ich sie jetzt äh ja ein bisschen hässliger aber sie ist immer noch hübsch unser schreibtisch den wir nie benutzen durften leon s kennedy leon scott kennedy heißt das glaube ich ne wenn ich mich nicht irre gut gibt's hier noch was ich weiß nicht ob sie noch rot leuchtet weil wir ja den dings noch haben diesen tresor wo wir noch nichts drüber wissen also noch nichts drüber haben wir gucken mal in den aufenthaltsraum das heißt dann kommen wir jetzt glaube ich aus dem raum ne kommen wir nicht weil wir keinen schlüssel haben also bleibt uns nur zurück und bei der dunkelkammer der raum da ist ja eine treppe die nach oben führt und da freue ich mich auch mächtig drauf weil es dort dort ist das stars büro eigentlich und im original trifft man dort auch das erste mal auf äh das erste mal auf clear nach der trennung gibt uns dort ein funkgerät glaube ich sollen wir mal mixen oder soll ich das erstmal weg packen ich glaube ich packe das erstmal weg ja wir packen das erstmal weg genau so wir packen das weg haben wir gemacht er macht mich fertig hier er macht mich wirklich fertig ich frage mich wirklich ob ich hätte ihn nicht einfach töten sollen treppen sind auch immer so ne sache oh das ist unheimlich wie die da sitzt dann kommt sein unten gepolter dazu hey du Schweinebacke hör mal ruhig da machst ja die ganzen Leute wach hier sie sitzt auf jeden Fall auf Munition also ich glaube dass das Munition ist Mensch oh da oben sehe ich noch einen gucke erstmal ob sie lebt boah verdammt die lebt wirklich wird eng wird eng wird eng wird eng wird eng okay was denn warum riechst du nicht so auf hey 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 regt ja nicht so wow 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 ganz ruhig wow wow der ist übermotiviert er ist übermotiviert er ist einfach da runtergesprungen wo ist er seinem bösen Knurren holen uns erstmal hier die Munition schnell da ist nix weiter töten ihn hier mal ganz hinterlistig sag mal was ist denn mit dem Spiel los guck mal wie der schon wieder hockt das ist doch das das ja hier ja fällt mir nix so ein ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben ich meine das möchte keiner da so aber tot und hockt so ja sie war mal als Hobby hatte sie bestimmt hier Akrobatik jede Menge Blut der macht mich wahnsinnig da unten wirklich erinnert mich daran das nächste Mal einfach den Typ abzuknallen wenn da wieder einer vom Fenster rum steht wieso wieso ist hier eine Treppe im Original gibt es da keine oh hat mich schon wieder gesehen der macht Radau Ritter wahrscheinlich noch alles aus der Museumszeit aber mich wundert jetzt gerade warum es hier eine Treppe gibt im Original ist hier ist hier keine Treppe da ist da hinten dann so ein Rätsel mit so Statuen die man auf Felder schieben muss und dort hinter befindet sich das Stars Büro ist das Man's Locker Room dann erstmal hier weiter gehen Kaffeeautomaten gibt es hier zur Genüge ist wieder ein rotes Pflänzchen kann ich das auch mit den Grünen jetzt verbinden nö geht nicht mehr also normalerweise kommt man da dann lang dann ist da so ein kleines Rätsel links ist eine verschlossene Tür und dann nach dem Rätsel kommt eigentlich der Gang mit dem Stars Büro bin jetzt ein bisschen verwirrt hier die Tür geht auf da kommen wir wahrscheinlich nicht lang durch den Dampf ne da hab ich nix für dass ich da irgendwie den Dampf ausmachen könnte aber wir gucken uns mal die Schränke an was ist das tragbare Tresor ein tragbare Tresor was ist denn das ein kleiner tragbarer Tresor ja gut das da wäre ich alleine nicht drauf gekommen aber warum warum gibt es das hier Tal öffnen warte machen wir gleich wie ist noch ein Zettel Anleitung für tragbaren Tresor drücken sie einen Knopf um die entsprechende Lampe auszuschalten äh anzuschalten schalten sie alle ein um den Tresor zu öffnen die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden wenn sie einen falschen Knopf drücken gehen alle Lampen aus und sie müssen wieder von vorne anfangen what objekte untersuchen sie können objekte im Inventar näher untersuchen indem sie sie auswählen und Lupe untersuchen wählen manchmal entdecken sie dadurch etwas das ihnen helfen kann ok hätten wir auch alleine jetzt nicht gewusst dass es so ist dass man untersuchen kann untersuchen ist bei Resident Evil glaube ich die halbe Miete gut testen wir mal ok ok hm achso ok ich verstehe da sind Pfeile und jetzt müssen wir alle nachher Reihe zum Leuchten bringen wo die Pfeile hin zeigen oder wie ich muss mit dem anfangen und war glaube ich der dann ne ne ja ich kann es mir auf jeden Fall merken ach der war daneben ok war das der ja war das der ja und jetzt ich habe keine Ahnung alle erraten außer der erste der nein es war der ok noch mal wieder den den das dann nein der aber jetzt kommen wir doch den nein nein der der nein der 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 dann war das der nein der war das verdammt der 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 nein mensch ich will ich will oh nein 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 jetzt bin ich also der der welcher war das denn jetzt der 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 nein ach da war der dann kam der dann war der hä der der jetzt was ich der ach der ok gut von vorne der der Mensch ich drücke schneller als ich gucke Mensch so und wieder falsch welcher war das denn nochmal welcher war da unten links der 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 ach da ist der ok also der der äh der 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 äh mhm mhm wie oft will ich den Fehler noch machen der 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 jetzt kommt der jetzt kommt der jetzt der dann war es nein ok der jetzt letztes alles klar jetzt habe ich es glaube ich ja ja der 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 ich weiß schon wieder ja ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich was für eine flachzange wir kommen dem Ziel näher glaubt mir nein ich mach das nicht mit Absicht herrlich was für ein toller Tresor man so war ich was da aus ah schwere Geburt hat ja nur eine Stunde gedauert ah Entschuldigung war echt nicht so leicht also war echt nicht so leicht ach ich liebe Resident Evil es ist gar nicht leicht bei vollgekackter Hose auch noch voll zu äh richtig zu denken oh ja Schroflintenmunition aber ich hätte gern ich hätte doch viel lieber erstmal die Waffen bevor ich die Munition finde was haben wir hier auch noch so ein Schluss da haben wir keine Notizen oder kann man die äh 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 Entschuldigung kann man die sonst irgendwie knappen denn da habe ich das Gefühl einige leuchten heller als andere da sind sehr hell hm weiß ich nicht huah was da was was machst du da zu tot tatsächlich auch der hat wieder ein blutiges Arschloch also ich glaube ich glaube das hier ist ein ich sehe hier keine Kratzspuren oder äh Beißspuren ich glaube ich glaube das ist ein Fall für Carsten Stahl das ist hier Mobbing der wurde hier wahrscheinlich vor dem ganzen vor der ganzen Eskalation eingesperrt und einfach vergessen und dann ist er da drin alleine gestorben ach Mensch Brudi wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte ich würde deinen Fall lösen aber ich habe gerade anderes zu tun tut mir leid ich weiß ich bin schlecht aber gut ja hier werde ich mich wahrscheinlich verletzen er hält sich jetzt schon die Hände vor das Gesicht und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr ist auch nichts mehr bleibt uns eigentlich nichts mehr als der Weg weiter hoch Entschuldigung ich muss mich immer umdrehen mein Hund hat mich getreten der meint es nicht gut mit mir und äh ich weiß nicht der hat mich gerade ein bisschen erschreckt hier stehen wieder jede Menge Dinge rum dieser Sound hier ne ist ist unfassbar oh Munition ist unfassbar okay wir hätten auch erst nach unten gehen können um den Knopf einzusetzen aber ich gehe davon aus wir müssen eh nochmal runter oh da haha ihr Ratten sehr nice hier ist wieder irgendwas aber da wissen wir nichts drüber wir sind es hier verarschen wollten mit der Pflanze hier sehr sehr schön also jetzt schon ein riesen Kompliment an die Entwickler und sowas von dem Spiel ist wirklich sehr sehr nice was hier oh oh das ist der Piekschlüssel ein ausgefallener Schlüssel wichtiges Objekt der Piekschlüssel ein piekförmiger Schlüssel sehr gut damit können wir einige Türen öffnen aber wir haben hier noch nicht alles warum ach doch wir haben ach da weil da auf dem Frühjahr noch dieses Ding ist okay was haben wir hier alles schön oh scheiße das war ein Licker Himmel okay dann haben sie es mit dem Fenster einfach nur verschoben weiter höher verflucht ich hoffe der ist hier jetzt nicht drin also ist er wahrscheinlich doch aber ich habe doch gar nichts um gegen dich zu kämpfen Mensch ich werde erst mal hier rein hier rein gehen ach man und einfach so ein scheiß Vieh oh hier liegt was ich kann aber nichts mehr tragen hier ist noch ein Brett wer stellt das Ding da hin der müsste gefeuert werden wirklich scheiße da hängt wieder einer das Spielchen kennen wir schon das hat der andere auf dem Flur schon mit uns versucht ich hoffe dieser scheiß Licker kommt hier nicht ich weiß nicht ob ihr die kennt das ist so ein ja so ein so ein so ein Körperklaus so ein so ein ja nackig beliebt bei den Frauen weil er eine zwei Meter Zunge hat oh Gürteltasche ein kleiner Beutel mit dem man zusätzliche Gegenstände tragen kann sehr nice kommt ja wie gerufen anonyme Notizen diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem was ich für sie getan habe aber wenn es unbedingt sein muss werde ich mir noch etwas Spaß gönnen während die Welt im Bach runter geht während die Welt im Bach runter geht ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stallpferch gesperrt muss sie nur noch zünden dann war es das mit denen oh diese Geräusche machen mich fertig aber wenn es zu schnell geht macht es keinen Spaß vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten ja vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm töte deinen Nachbarn dann verschone ich den Rest was er dann wohl macht was du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz aber wie oft hast du dich bitte mir deinem Vorgesetzten schon widersetzt ja du warst so ein guter Bulle so gut dass du sterben musstest man bringt das Spaß fehlt nur noch Musik was für ein Freak ich weiß nicht ob in so einer Lage die Zombies gefährlicher sind oder solche Typen oh hier okay das hier ist was C4 da fehlt uns aber was für ja wir mussten jetzt leider ein paar Sachen liegen lassen obwohl wir haben jetzt wieder zwei Plätze wir können jetzt was holen ich habe die ganze Zeit Bammel dass hier gleich der Licker um die Ecke kommt die Musik ist auch nicht die beste wir haben das Brettchen mit und das Schießpulver ich habe eben die Schroflinte schon gesehen aber leider kein Schlüssel dafür was ist das ach das ist die das ist die Bibliothek okay was ist das für ein Geräusch das sieht hier nicht aus Marvin hier komm so schnell wie möglich zurück alles in Ordnung Marvin ich möchte dir was zeigen ist wichtig verstanden ich bin sofort da er möchte mir jetzt bestimmt den Licker zeigen den hat er jetzt ganz cool mit seinem zweiten Messer weggefischt ich möchte dich nicht stören beim Essen aber ich glaube von hier oben ist besser oh hier der hat dich gerettet du hast ihn gefressen aber er hat und zertrennen wir die Beine oh Mensch ist ja niedlich stellt sich tot kleine Ratte wie viel frisst der denn sag mal und Freunde hat er auch oh man gehen die Leitern ne ich kann die aber von hier nicht abknallen ich kann nicht auf ihre Birne zielen ich habe auch ein bisschen bei mir lang zu gehen denn ich möchte da jetzt gar nicht so die Vorfreude nehmen aber es gibt hier irgendwo einen Bereich da fällt man einfach runter ich weiß aber nicht wo also im alten Teil wusste ich das aber hier nicht mehr Entschuldigung äh mit dem Original meine ich wo ist sie denn jetzt ach da sie spielt mit mir sie spielt mit mir verstecken komm her Süße ich will doch aber hier noch jemanden was machen die denn jetzt da hinten sag mal ihr zwei was ist mit euch ach der steht auch wieder ich werde bekloppt der hat sich mit dem anderen wahrscheinlich fusioniert deshalb ist er jetzt unkaputtbar hier ist ja schon kaputt hier kann es ja nicht kaputt gehen hä ist er jetzt unsichtbar oder ist oder frisst er jetzt die andere wo ist er denn hä was da warum kann ich denn von hier nicht schießen das ist ja blöd ach jetzt ne doch nicht blub so viel lärm um nichts hat er wieder rum geblödelt und dann passiert doch nichts geht es von hier eigentlich zurück in die eingangshalle ja da das ist dann da wo der dicke sitzt oh verdammt ich setze deine mütze wieder auf ich wollte nicht dass man das sieht Kollege entschuldigung ja das messer können wir auch nicht mehr tragen aber da ist ja gleich in der haupthalle wieder eine kiste er hat den mund aufgemacht oh oh sehr schön dieses geräusch hier gibt es viele dinge zum tragen aber oh rotes buch kann ich leider auch nicht tragen schon wieder hängt der so ich weiß nicht was los ist das langsam wird es mir unheimlich hm benutzen ah ah ok kommt von hier oben dann danken wir mal schnell zu Marvin ich weiß nicht was der will also zu Marvin er wollte uns was zeigen gucken wir mal was er will da bist du hier komm her siehst du das ja wusste sie schafft du kennst sie ja sie heißt Claire ich kam mit ihr in die Stadt du gelangst zu dem Hof da die Stufen hoch Ostseite in Ordnung danke Lieutenant ja danke Kollege gut Claire hat es also auch geschafft bis zum Polizeistation sie ist zwar noch nicht drin aber werden wir versuchen gleich zu ändern oh erstmal werden wir jetzt zur Kiste gehen packen mal das blöde rote Kraut hier weg also jetzt ist es blöd weil wir es nicht brauchen packen die Schrotflinten Munition weg Schlüssel brauchen wir packen erstmal das Schießpulver weg und ich glaube ich packe erstmal das Brettchen weg und ich muss gestehen ich mag es äh die Kiste sortiert zu haben immer so so Heilmittel und sowas aber sortieren Haupt geht das hier oh tatsächlich der sortiert hier automatisch das ist ja mega haha das wird mir Tage an Zeit sparen so gut ich denke wir sind am Ende der Folge angelangt ich werde jetzt nur noch speichern und äh hoffe wir sehen uns in der neuen Folge wieder bei wir spielen Resident Evil 2 ja bis dahin lasst es euch gut gehen gruselt euch nicht so viel und ja ich freue mich auf die nächste Folge mit euch bis dann ciao ciao ciao